Ich habe übrigens das Tantrum ja mal geholt, ich habe das immer noch nicht getrunken. Willst du mal wissen, was da draufsteht? Na? Da steht, nicht empfohlen für Kinderschwangere und koffeinempfindliche Personen. Das ist aber normal. Und dann kommt da noch der Satz dazu, bitte nur in moderaten Mengen konsumieren. Ja, aber das steht doch bei den anderen auch. Nein, das steht ja nicht, das ist nur bei dem. Brühe das jetzt mal. Gehör das zu deinem Intro? Ja klar. Achso? Hi! Hallo Leute! Ich bin Dittim. Du siehst gerade mein Intro versaut. Kannst jetzt ausbessern, jetzt mach mal ein Gutes draus. Okay. Hi! Ich bin Robert. Was machst du denn da die ganze Zeit? Bist du die ganze Zeit am Trinken? Dittrim, ja man! Bonio, meine Freunde der Leichen und Zeichen Unterhalterung. Ich bin wieder zurück from the Roadtrip. Ditt,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,at,atat,atat. Und spiele die Runde Bad Wars mit P. Ditt. Ditt. Tantrum! 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 Genau, es wird die Tantrum-Runde. Tantrum! Nicht nur Volvic, auch Hella Hella von Sinn? Eigentlich nur Les Mona Was ist das eigentlich für eine Map hier? Das ist Fantasy, das ist mit einer der Neueren, die haben wir auch schon ein paar Mal gezockt und die ist halt super, wenn man auch im Zweierteam was machen möchte, weil wir eben nur im Zweierteam sind Da können wir dann ein bisschen rum scratchen, matchen Da bist du erstmal wieder den Kassierer angerotzt, ey, frecher Bube Dann bauch schon mal los Zack, zack, zack Sturmwaffe? Ja Sturmwaffe? Ja Tantrum Tantrum, Freunde Ich würde ja trinken, wenn ich dabei bauen könnte, geht nicht Tantrum, Tantrum Man darf nicht zu viel Tantrum konsumieren, ey Sonst schielt man, oder? Wie Dizzle rastet aus, Alter, erstmal zu viel Tantrum gesülpelt Geht richtig gut bei dir anscheinend Ey Ja, ich hab auch Warte mal, du kannst ja schon mal weiterbauen Ja Gibt's hier alles in der Mitte, oder? Äh, nee, nur Gold Also Gold kommt nicht aus der eigenen Welt Ach, nur, und wir müssen noch auf die Seite Da ist auch wieder einer im Tantrum-Rausch Alter, das riech runtergefetzt gerade Ja, warte Dann hol du dir schon mal Betroyales Gold Ich hol uns mal Silver Silver, David David Silver 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 Guter Fußballspieler Ja, auf jeden Fall Manchester City Verzieh dich, Digga Kleine Schlägerei gewesen Aber, Alter, on Tantrum Nobody can do the shit Compared to me Alter, ich hab 12 Gold 12 Gold 12 Gold Probier dein Glück, Digga Probier dein Glück Guck mich an, guck mich an Was los? Siehst du den Knackarsch? Siehst du den Knackarsch? Nein, ist alles cool Alles cool Er hat sich verpisst, Alter Er hat meinen Knackarsch gesehen Und dann Bist du Silber? Okay Dann mach ich Bist du Silber? Gut, wir haben 13 Gold Oh Gott Bist du wieder runtergefallen? Nein, ich bin gestolpert Ja Das ist auch, ey Du weißt gar nicht, wie finde ich das hier auf der Welt Das ist, das ist doch Das ist, das riecht krass Aber du bist zum Gold Ich konnte, ne, was? Bist du beim Gold? Ne, Silber Silber, ich kann es schon fast schmecken David Da vorne holt sich gerade jemand Gold David Silber Warte Warte, sind wir ihn nur noch destroyen kurz Nicht alle Silber, weil sie glänzt Oh, hier steht es, hier steht es, aber richtig sexy Silber Oh, 14 Stück, ey, doch Was meins? Was meins? Meins, 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 meins Ich bin gerade bei Blau Das wäre ein bisschen interessantere Story Hast du noch das komplette Gold bei? Ne, an der Kiste Geil, ey Ja, hallo Hauen wir mal einen Boden So, ein Gold schon mal weg So, komm mal bitte zu Blau kurz Ich brauch dich mal gerade mal Ich spawn-trap gerade Einfach nur eine Spitzhacke, schnell Ich bin gleich tot Ja, was soll ich denn? Ich kann ja nicht zaubern Zauber! Warte, 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 warte Eins Warte, und das hier rein Und dann, oh Ich komme, ich komme, ich komme Ich habe einfach jetzt schon Ich sterbe jetzt Die haben mich so krass verprügelt die ganze Zeit Ja, ja, ich komme nicht mal rüber Der eine hat das abgebaut Ich bin Der eine, der eine Rode Ich bin down, Alter Ja, ich kann ja nicht zaubern Ja, alles cool, alles cool Alles cool Shit! Noch nicht Shit, Alter Okay Ah, crap, ey Der war gerade Unpractical Ich weiß, ich weiß auch übrigens, warum das nicht geklappt hat Weil ich hatte zu wenig So, okay Die bösen Blauen, Alter Die Bübchen Peter sind natürlich geschickt gemaket hier Warte, ich komme, ich bin hinter dir Ein bisschen Angst jetzt um unsere Base Wenn Rot irgendwie mal Sich selbst entdeckt Und die Frau in ihnen Aber Okay Do it, do it Wo ist denn der? Der holt gerade was Ich gehe mal kurz hoch Ich gehe hoch Bin oben Bin auf dem Bett Alles gut Do it Nein, nein, nein Okay, ist weg Alter Die laufen jetzt auch zu uns Ja, ja Aber das hast du gut gemacht mit dem Weg Nice Again No pfeiling Ja, okay Ich will jetzt nochmal das ganz Gold mitnehmen Okay, habe ihn Dieser Huhn Ich gehe jetzt einfach mal kurz Den hat er Gold weggeschmissen? Weiß nicht Sind wir Team Grün? Wir sind Team Grün, ja Geil doch Und Team Rot checkt auch gerade gar nicht, dass ich richtig gechillt zu ihm durchlaufe Oh, oh, ich muss zurück in die Base Ja Ich habe kein Essen mehr So, das war es von Rot Läuft bei uns Und da ist schon einer Oh, oh Das war das selten Demo Wuh, what? Wuh Das ging doch fixer als gedacht Ey, das fasst sogar noch an meiner schnellsten Round dran Wie gesagt, also es ist super immer auf Dings zu spielen Viele haben auch letztens gesagt, weil es war jetzt kein schnellster Rundenversuch Dass denen das zu kurz war Ich würde sagen, wir hängen, probieren zumindest nochmal eine schnell hinten dran zu hängen Ähm, auch nochmal vielleicht eine Zweier Und dann passt das Wir sehen uns gleich So, da sind wir wieder In der zweiten Runde Pete Dizzle hat mich gerade ein bisschen erpresst Wir spielen eine Runde Ja Ich habe mich Ich habe so wirklich sehr Niveauvoll in deine Mutter, Joe, gebracht Früchte Niveauvoll Ey, das schneide ich ins Video Ja Habe ich doch gesagt, mach doch, Digga Ja, ja Jetzt ist hier schon, Alter Erpressung oder was, ey Ja, ja Wo guckst du mich eigentlich an, Alter? Auch, auch in Ja, ähm Digga Digga Talk mal nicht von der Side of Life Digga Alter, es gibt Oh, oh Es gibt Barricades, Alter Es gibt Barricades Es gibt Barricades Da ist ein Pool outside Da ist ein Pool outside Ich verstehe, was ich allein habe So Oh, wir sind schon auf dem Metal, ey Auf dem Metal? Komm schon Auf dem Metal Faster, bitch Faster, bitch Oh, 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 Alter Da war jetzt aber Da war jetzt aber gefragt von dir Hi, Taddel Tschüss, Taddel Tschüss, Taddel Ich habe gesagt, tschüss, Taddel Alter, ich habe gesagt, tschüss, Taddel Ich habe gerade richtig Schlägerei am Laufen Warte mal, ich versuche hier gerade so ein Ja, Mist, du blöder Rot Nein, ich habe aber beide gelbe runtergemacht Beide gelbe Nein, ich habe Sex Gold Ich habe den Bengel getötet, Alter Welche Farbe, wir sind blau? Wir sind blau gerade, ja We are blau We are blau, mini I got all my sisters and me So, ich mache jetzt einmal kurz Kurz mal unsere Eiseninsel kurz anbauen Denn im Nachhinein sind dann diese Eisendinger doch immer schon ganz importante Und zwar Mui und zwar Matschel Oh, da ist ein Gelber Oh, da ist ein Gelber Kommt zu uns? Nee, okay Der Gelb ist nicht so geil drauf, ey Die kannst du ja eigentlich echt mal Der könnte echt mal bezeln So am Anfang Der Witzel hat jetzt hier erstmal Noch ein bisschen was geslurpt Weil jetzt haben wir zwölf Gold Und das muss ich directly saveen So, wir haben Ja, wir sind Zehn Zeh Eisen Ich sage ja immer Silber, ey Das ist schrecklich Ja, das passt doch Silber, Eisen Das ist alles Tomate, Tomate Mach mal eine Kiste, bro I will do I have done Die Kiste stand hier And then there's this And this And then I have Lotte, 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 Lotte Shit To Baurum Damit hier keiner den Geronimo machen kann Und das direkt abbauen kann Und das war ganz billig eingebaut Wir kommen noch gar nicht bis zu unserer Base Zack, 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 zack Was? Wer hat einen fahren lassen? Das ist Hündchen Kannst das nicht Wenn Hunde einen fahren lassen Dann machen die immer ihren Kopf zur Seite Das habe ich gelernt im Biologieunterricht Genau, ey Die Mutter hat das gelernt im Biologieunterricht Eherlich Okay Let's do it Quickly Quickly There's no time There's no time Quickly I will find you And I will hunt you I will hunt you? Er hat gesagt, I will kill you Das ist aber nicht nett I will kill you I will kill you Ablaufs feminin So, I need this And then I need this And then I do this And then I do this And this Die anderen Die chillen schon wieder alle nur in ihrer Base Ja, die sind Basiker Die sind am Basen, Alter Wie Peter Griffin Oder wie Quackmeyer Quackmeyer Du kleiner Arsch, Alter Du kleiner Arsch Bist du das? Mit dem Bogen? Kannst du mir mal zacken? Ja, ja, aber Du stehst ja immer vor Ja, ich stehe immer davor Bats, Junge Jetzt verzieh dich Mann Ich krieg nix Nicht schweres Tänzchen Ja, warte Ich rieße auch mal zu denen Boah, Alter In der Mitte ist einer Grün ist in der Mitte Kommt jetzt zu uns Will zu uns kommen Ne, er baut den Weg zu Er baut den Smarty Da Peter sind ihn erstmal weggerousted So On that On that note, Alter Pubby geht hin Pubby geht hin I'm coming home Tell the world that I'm coming home Nice, nice, nice Ich baue es ab Push it Push it Down So, laufen zu uns Laufen zu uns Ja, ich kriege ihn Okay Down Nice Okay, keiner bei uns Nein Okay, nice Er hat rot Aber ein bisschen Gold geholt Anscheinend Da ist auch noch ein roter In der Mitte Die Dizzle macht es jetzt hier Smarty Smarty Roady Smarty So immer wenn sie taggen, Alter Oh nein Oh Gott, nee Oh Gott, nee Oh Gott Oh Gott, nee Oh Gott, nein So, ich kriege mich Hey, Dizzle trifft Hey, der eine ist Hä? Hä? Jetzt endlich mal Nee, der eine war irgendwie Kommt gelb in die Mitte Sehe ich nur aus dem Augenwinkel Oh, 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 okay Okay Ja, die sind auch direkt hinter mir That's not good Oh Gott Nein Oh Mann Von beiden Seiten Ey, das war Die haben mich nicht Ich wollte mich gerade auch mal Weepen So Wir haben auch nicht mehr Nicht mehr allzu viel Ressources, ey Ja Eisen könnte man schnell mal Aufstocken Das ist das kleinste Problem Ich mach jetzt mal einen Aufsturren überhaupt, ey Was? Ich tue? Ich nehm so ein Schaf Ich nehm so ein Schaf Schaf, ja So mit Sophia Sophia Weißt du, ich hab dich zwar noch nie Kleiner Bengel Okay, Bengel ist down Benglardash Scheiße Jetzt hab ich mich einmal equipped, ey Mann Tantran Warte, warte Hat der, Alter Jetzt krieg ich magisch mit Zellen davon Nee, hat er nicht, ey So, komm her Bergtroll HD, ey Zack Down, Bergtroll Nice, nice, nice Ich mach jetzt mal einen Auf Sturmbaffel So, du blödes, blödes Ding Es ist einfach runter Oh Gott Du bist auch runter Nein So, tut es down Uh, Gelb hat einen Pfeil, äh, einen Bogen Einen Pfeil Einen Pfeil? Einen Pfeil Die haben einen Pfeil Den hält er so in der Hand So, guck Siehst du diesen Pfeil? Sie haben einen Pfeil Sie haben einen Pfeil Ausstrahl So, rot Steckt er so einen Pfeil im Garten Und er hat einen Pfeil Ausstrahl Okay Hier, 30 Roter ist wieder ein Roter Wieder ein Roter Roter, Roter We can do it Pfeil out China We can do it everywhere you want So, okay Ich berüste mich jetzt erstmal Okay Dann müssen wir vielleicht nochmal kurz die Mitte halten Dann mach ich auch mal kurz mit Hier Ja, warte, komm schnell zu Rot Ganz schnell Okay Warte Okay, ja, ich bin auf dem Weg Ich hoppel, ich hoppel, ich hoppel Hast du die? Oh, nee, nee, der hat jetzt Der hat sich einen Bogen gekauft Aber den kannst du richtig easy klatschen Okay Also die sind gerade echt nicht so Okay Ich hab ein bisschen Angst um Gelb Weil die sind super offensiv Hä, wo bist denn du? Ich bin schon ex Ich hab doch gesagt, der hat einen Bogen Okay Morde Aber die sind nicht Die sind eigentlich nicht die Wenn du da Canceln kannst Snacken Komm auch noch Noch da? Oh, da hat sich aber zerrisen Nee, noch nicht Wie gibt's den? Okay, okay Warte, warte Pidussel kommt nach Nice Ja, warte, geh in die Mitte Ich hab sie In die Mitte Ich bin in die Mitte Bin Gelb, bin Gelb Ich hab richtig Angst gerade Dass die uns klatschen könnten Oh Gott, Alter Was denn, was denn? Diese ganzen Teile, die da nicht sind Okay, war aber keiner in der Mitte, ne? Gelb hat echt die Chance Sich gerade durch den Labben gehen lassen Die spielen sehr defensiv Ich hab mich aber bis zu seiner Base nicht getroffen Nein, oh, ich wollte ausgerufen Was war das bei Valentin da los? Ich hatte noch zwei Blöcke, da hätte ich mich hochbauen können Oh, crap Hat ich gekillt? Ja Hat mich Hat mich wegen gesnackt Geramst Geramst, er? Wie war ich geramst, er? There's a pool outside Oh, no, geramst outside Dantrum outside Ich glaube, der wird uns richtig schlagen Sag ich ja, there's a pool outside Oh, no, no, no Oh, das ist uns egal Cause there's a pool outside Cause there's a pool outside Oh, da ist ein Gelber Die sagen euch ja nur, was abgeht, ey Was ist outside Alter, dieser Gelbe, der ist schon ein paar Mal hier richtig gegrindet, ey Was sind wir für eine Farbe? Blau? Ja Okay, das wird spannend Kleines Sprung in die Vergeltung Oh, oh, was geht? Tod? Alter, Alter, ich werde, ich werde, ich werde, oh, ich werde geramst Geramst, alter Ja, der eine, wir müssten im Grunde genommen, ich hole mal ein bisschen Gold in den Ja, ich habe auch einen Zweierbogen mir jetzt geholt Geil Ja, warte, dann mache ich, mache ich so irgendwie so ein bisschen Schutschel Ja, da ist ein pool outside Da ist ein pool outside Alter Smart, ey Smart, ey Smart, ey Sag, wie talkst du denn? Sag, wie talkst du eigentlich? Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, ey Das ist wie der Max, ey, der hat hier seine, seine Influences, ne? Hat er hier reingebracht, ey Und hat ihm mal richtig, richtig, richtig spreadet Deep, 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 deep gesteet, äh, deep gesnappt Deep, deep gethrotet Deep, deep, nee, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, oh, Gott, ey, oh, Gott, beste Fall Warte mal, sind wir, ne, wir sind nicht Team Rot Äh, ne, wir sind Blau Lebt Team Rot? Ja, einer, glaube ich, jetzt, den anderen haben wir geklappt Oh, Alter! Okay, okay, Team Gelb, Team Gelb ist gerade richtig offensiv Okay Team Gelb ist richtig offensiv Sind die in Mitte? Äh, ja, der, der versucht irgendwo anders hin zu slappen Wir können jetzt Team Gelb richtig, richtig ramzen Destroyen? Ne, okay, da ist aber noch einer bei der Gelb Obwohl, der hat aber auch einen Bogen Ja, ich bin jetzt gerade Mitte Ja, ich bin auch Mitte, ich, ich, ich werde versuchen Wo sind die? Warte, okay Ich, ich habe ein bisschen Angst um diesen Roten Ja, warte, warte, lass mich mal kurz diesen Roten entfernen Der, 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 ein bisschen, Dorn im Auge hier Okay, genau Ich denke, ich kann gut Oh, er hat einen Trank geholt, ich glaube Stärketrank oder so Oh, snap Keine Ahnung, das ist Das ist mein Bestes Okay, hab ihn Jawoll, Team Rot, wo der Er hat aber nochmal richtig ausgehalten dann, äh Nachdem er das gesnackt hat Oh, da kommt, da kommt Oh, ich habe, ich habe leider Oh, warte, ich hätte Warte, ich bleib, ich bleib mal kurz in der Base von, von Grün Ich muss mir ja eben was holen Ja, ich hole auch mal bei uns einen Bogen Ja, nicht nur Bogen, ich brauche Essen gerade Und fast Ja, ja, ne, ich, ich sagte Ich hole nie einen Bogen Also es wäre schön, wenn du mal richtig zuhörst Ich, ähm, ja Da kommt, glaube ich, ein gelber in the middle In the middle In the middle of Hollywood Ne, warte, der ist bei Rot Ein gelber ist weg, der ist bei Rot auf jeden Fall Okay So Ist ein Pool Oh, Scheide mit Tantrum Tantrum So, okay Der ist auf jeden Fall zu Rot Hat er was geholt? Was hat er denn gemacht da? Ich bin gerade ein bisschen irritated Und das nicht zu wenig Also ich bin fast dafür, dass wir uns eine Enderperle holen und dann da hochspleasen Ach, warte, ich wäre jetzt auch gut equipped, ey Jetzt kriegen die Wenn der mich jetzt nicht trifft und runterschießt Oh, oh, er zielt schon Er zielt, bitte nicht Okay, tut, tut Kappen, einmal Scharf, du sollst weitergehen. Scharf, Outsider. Ich bin jetzt, ich bin richtig offiz... Okay, okay, das kann Peter. Nee, aber warte, bleib da, bleib da, halt ihn mal so in Schach ein bisschen. Hold them in the Schach. Hold them in the Schach and I will do the master plan. Hold them in the Schach, Peter. Hold them in the Schach. Ich sehe auch so einen Spectator. Oh, oh, er zieht auf mich gerade. Ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein! Ich hab sie. Okay, hab sie. There it is. The second round. Team Paluffel zerberstet, Alter. Keine second tries. Wir sind einfach sick. G to the G. Unit. Pull outside. Pull outside. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Das würde mich sehr freuen. Das waren heute immer zwei Runden. Weil es eben kein Speedrun war. Dann gebe ich euch auch gerne, was ihr möchtet. Obwohl euch der Speedrun ja auch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr noch eine weitere Runde Badwoss sehen wollt. Also die dritte dann an diesem glorreichen Tag. Dann könnt ihr gerne mal zu Pedizzle geben. Bei dem haben wir gerade schon eine Runde aufgenommen. Die war auch sehr crazy auf jeden Fall. Der Link dazu ist natürlich direkt ganz oben in der Beschreibung. Müsst ihr nur auf Paluten klicken. Da steht dann so Http. www.youtube.com und slash. And then you're gonna have much fun. Alter, das Tentrum Zeug löst mich gerade auf innerlich. So. Have fun. Do the like. Looks at the Paluten. And then... I'm out. Go to sleep. Ciao.